Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Fußball-Historie. Hier gibt es jede Woche eine kurze Geschichte aus der Fußballgeschichte. Mein Name ist Felix und heute geht es um einen der bittersten Momente der deutschen EM-Geschichte. Denn heute vor 45 Jahren, am 20. Juni 1976, ging zwei Elfmeter in die Geschichte ein. Aber fangen wir von vorne an. Die Europameisterschaft 1976 fand im damaligen Jugoslawien statt. Das Turnier selbst ging gut los für die deutsche Nationalmannschaft. Ohne Niederlage in der Vorrunde warf die deutsche Elf erst Spanien im Viertelfinale und anschließend Gastgeber Jugoslawien im Halbfinale raus. Doch ganz entspannt war die Vorstellung nicht. Schon gegen die Jugoslawen ging es in die Verlängerung. Nach einem 0 zu 2 Pausenrückstand drehte das Team des damaligen Bundestrainer Helmut Schön das Spiel und gewann nach Verlängerung mit 4 zu 2. Der damals 22-jährige Dieter Müller traf in seinem ersten Länderspiel gleich drei Mal. Im Finale schien sich das Ganze zu wiederholen. Die Tschechoslowakei brachte den amtierenden Europa- und Weltmeister unerwartet in die Bredouille. Jan Zwelig und Karol Dobijas brachten die Tschechoslowaken mit 2 zu 0 in Führung. Dieter Müller sorgte für den Anschlusstreffer und Bernd Hölzenbein in der 90. Minute für den Ausgleich. Und der hatte auch nach 30 Minuten Verlängerung noch Bestand. Die Entscheidung musste also anders her. Das Elfmeterschießen feierte seine Premiere bei einer Europameisterschaft. Anstatt durch Wiederholungsspiel, Münzwurf oder Losentscheid wurde in der Nacht von Belgrad der Sieger per Elfmeter gegrünt. Es war die Premiere für das Elfmeterschießen in einem europäischen Großturnier. Den Spielern selbst schien das Ganze nicht ganz bewusst zu sein. Erst beim Aufwärmen soll man ihnen gesagt haben, dass es bei einem Unentschieden kein neues Spiel gäbe. Eins ist sicher, wir waren nicht darauf vorbereitet. Denn sonst hätte man vielleicht Elfmeterschießen geübt, sagte Hoeneß später. Nach einem kräftezehrenden Turnier wurden nun willige Elfmeterschützen gesucht. Schießen wollte keiner so richtig. Auch Uli Hoeneß nicht. Doch Franz Beckenbauer erinnerte den Bayernkollegen an seine Erfahrung von 33 Länderspielen. Da könne er doch einem Dieter Müller diese Verantwortung nicht aufbürden. Der machte nämlich erst sein zweites A-Länderspiel. Hoeneß sagte ja und so begann das Elfmeterschießen. Rainer Bonhoff, Heinz Flohe und Hannes Bungatz verwandelten die ersten drei Elfmeter. Nachdem die Tschechoslowaken vorgelegt hatten, war der Druck immens, als vierter deutscher Spieler zu kontern. Das Tor wird immer kleiner, der Torwart aber immer größer, beschrieb Hoeneß das Gefühl beim Anlauf. Als der Ball schließlich über das Tor flog, schlug er fassungslos die Hände vor das Gesicht. Danach besiegelte Antonin Panenka das Schicksal der Deutschen, als er mit seinem legendären Lupfer für die Tschechoslowakei traf. Hoeneß wurde zur tragischen Figur des Spiels. Zwei Elfmeter, die in Erinnerung blieben, nur einer davon mit Happy End. Totale Leere hätte er danach empfunden und nachts kein Auge zugedrückt. So Hoeneß. Zimmerkollege Hannes Bongatz leistete ihm Abendgesellschaft und spendete Trost. Als er zurück nach Hause kam, erwartete ihn eine Welle von Briefen. Neben vielen unbekannten Fans hatten ihm auch Franz Josef Strauß und Helmut Kohl geschrieben. Seine persönliche sportliche Bilanz sah Hoeneß durch diesen Fauxpas übrigens nicht getrübt. Die EM hatte er schon 72 und die WM 74 gewonnen. Dazu mit dem FC Bayern alles, was der Klubfußball zu bieten hatte. Das war's mit dieser kurzen Geschichte und wenn ihr nächste Woche wieder etwas aus der Geschichte des Fußballs hören wollt, dann lasst doch ein Abo da und liked dieses Video. Bis zum nächsten Mal.